Wenn keiner geht hier vorne hin, dann gehe ich hier vorne. Mosambik, Peter, sag Bescheid, wenn du da haben willst. Nein. Zwei RE45. Willste hier haben? Petzekäber? Ja. Auf jeden. Danke für die Ansage. Klar. Ja, was machen wir? Checken wir noch da ab oder was? Wie sieht es bei dir? Ja, du hast Auge. Wir haben nur White Armor. Ja, ist richtig schlecht. Wie viele Leute werden überhaupt da hingekommen sein? Du musst ja bedenken, 1100 Meter kannst du maximal fliegen, wenn du es halt drauf hast. So. Ähm. Wir haben jetzt gerade 1000 um 100 verpasst schon. Ja. Ich habe es auch nicht drauf. Ähm. Aber wie viele Teams werden wohl bis dahin geflogen sein? Weißt du was ich meine? Vielleicht ist da auch wirklich keiner, weil es nicht gepasst hat. Kann sein. Es wird geschossen. Er hat Gegner. Kommst du ran? Ich komme. Aber das waren nur 100 Meter. Ich lutschte Ausrüstung. Ich lute nochmal. Ist aber noch ein Stück weg. Ich lute nochmal. Das hier oben fehlt noch. Peacekeeper hier. Peacekeeper hier. Peacekeeper hier. Peacekeeper hier. Level 1. Got a hop up here. Barrelchoke. Joker finde ich immer gut. Choke. Hab ich das aber hingeworfen. Ne Choker. Da. Was ist denn das? Nix. War das er, war das er spät? Ein blaues Licht. Was hat es getan? Es leuchtete blau. Er ist noch anbootet, ne? Ja. Ne Killeder. Ich muss zufrieden. Das ist was ich für. Eine Minute. Oh Gott sind wir am Arsch der Welt. Ich hoffe du hast ein paar Medix. Medix. Hast du den schon? Der ist für vorne dran, ne? Ja. Ne. Oh. Ich tue einfach mal so ne gelbe Rission. Naja ist ja immer noch die High Loot Zone. Naja stimmt. Barrel Stabilizer hier. Level 3. Spotted one. Close. Oh. Das Spotted one war. Take Body Shield. Wollen wir los? Ja. Ich hab den. Wo ist denn der Stabilizer, der von vorne dran? Äh. Oben auf dem Balkon wo du grad warst an dem Haus. Da. Oder Moment. Quatsch. Unter dir jetzt. Du bist genau. Du bist drauf getreten. Damn you. Oder lüge ich. Ne ich lüge. Er ist doch hier. Nein er ist hier. Komm. Hier. Da. Er ist weg. Er den aufhoben. Er den. Okay. Dann vergiss es. Dann los. Choke. Keine Ahnung was das für ihn für Leute waren die da Kossen haben. Vielleicht hat er gelungen. Wollte ein bisschen Terz machen. Aufmerksamkeit. Drama Queen. Die guten Calls. Können den Redeploy rechts nehmen noch. Das muss man natürlich abwägen. Wieviel bringt uns das ein paar Meter nach rechts zu laufen plus die Zeit die man da hoch geht. Ja genau. Ja ich glaube das bringt schon ordentlich was. Ja vor allem wenn man das mit dieser Free Camera macht und dann am Boden hoch zieht und so. Ja den Trick habe ich noch nie benutzt. Das Dreifach Ding. Da nehme ich lieber Kim und Korn. Ich glaube zeitlich bringt das echt schon viel. Vor allen Dingen wenn es so krass runter geht wie hier. Ja wir sollten oben landen. Nochmal. Ich bin auch dafür. Oh die haben äh dieses Dingens. Triple Take müsste das gewesen sein. Einer ist links auf dem Dach von mir. Naja. Rüstung gepoppt. Rückst du hier. Wie bei mir? Unter mir links? Hier im Haus bei mir? Ja. Ich brauche noch kurz. Hab ich. Zone. Ist aber noch nicht so wild eigentlich. Das war übrigens nicht der Down also low war. War das ein Bloodhound? Nee, das war ein Pathfinder Pathfinder, genau Links läuft einer Da Noch Ich werde auch noch Er hat ein Holz-PC-Internet Down Im Haus vor mir Down Das war nicht das Team, oder? Das waren nicht die, die hier im Umballern sind Da Low, Hustle Nein, ja Weiter, Heal Close, unten Low, 50 Ja, und der Airstrike ist Oh, Alter, oben Steps Close bei mir? Find die nicht? Hier im Haus Sehr gut, ey Schönes Ding Wieso macht das Spiel so viel Spaß? Real Talk Ja, ist halt so, ne? Wir haben jetzt der fucking Shit Einfach nur Ich habe jetzt schon wieder Bock auf zwei Light Ammo Weapons Ich brauche die Flatline gar nicht Zweimal die 301, ja, da sehe ich mich Die würdest du auch gerne ab Kimbo nehmen, ne? Ich habe hier ein besseres Backpack, ey Oh, what the fuck ist das denn? Güldene Peacekeeper Nice, mit Aufsetzen aus der High Loot Zone Jo Haben die alle keinen geilen Backpack? Wollen die mich verarschen? Unser Doc hat noch keinen Down Shield Ja, ich weiß Das war schon jetzt nicht schlecht, muss ich sagen Ich weiß Können wir weiter, Peter? Jo Mark it Oh, da kommt noch welche aus dem Bunker, glaube ich, raus Es sind noch sieben fucking Squads, Alter Ja, da und hier vor uns Wir sollten erst auf die hier gehen Ja Hier, gerade fallen sie aber auch wie die Fliegen Sechs Squads Also hier schießt einer wieder mit einem Triple Take irgendwo Genau vor mir Ja, ich habe den Schuss gesehen Ich schleiche mich trotzdem kurz in den Bunker, um das Ding zuzumachen Ja, ist cool Die, die von hier geschossen haben, sind, glaube ich, weitergegangen Die Richtung, wo ich die Enemies markiert habe Und ich glaube, irgendjemand ist auf dem Turm drauf Ja Aber wo sind die mit der Triple Take Ja, die sind da in die Richtung gerannt Also die sind in diese Stadt quasi Ja, der schießt hier oben runter Die müssen hinter der Wand hier sein Direkt hinter der ersten Wall hier Ja Ab ihn Achst du auch einen? Ja, hier ist aber noch einer Ja, hier ist aber noch einer Ich bin noch im Kämpfen Ja, okay Nein Kannst du ihn bergen? Er hat ihn gefinisht Wo hattest du ein goldenes Schild gesehen? Äh, goldene Rüstung In welchem? Äh, der hinten an der Wand Die anderen pushen Klar Einer down Der andere richtig low Der, der richtig low ist, ist down Peter I see everything Ja, das darfst du nicht vergessen Ja, das darfst du nicht vergessen Wir müssen ihn jetzt retten Das war ein Squad Okay, dann scheiß auf das goldene Ich renne Komm, dann holen wir Hast du den, äh, eliminiert Oder war der wirklich Der andere ist direkt gestorben Den, den ich unten im Canyon erschossen habe Deswegen meine ich ja Das war nicht das alte Team Peter, wir Ein, ein Apex Team Ja Ja, oder? Sondergleichen Dann holen wir den Dude wieder Vielleicht kommt er noch an eine Leiche ran Eine Minute 40 Take one of the corpses Wir könnten sogar direkt zurückrennen theoretisch Damit du, ja Nicht, dass ich da jetzt noch die anderen dran Warte, ich stelle den hier sogar noch den Drop hin Er wird, er kann ja auch ein bisschen rausspringen Er könnte sogar bis zu, wo wir sind, jetzt fliegen Ein bisschen Ähm, welcher von denen meintest du denn? Wer, den du gekillt hast an der Mauer Direkt also der, der auf mich geschossen hat Der erste Der, 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 der allererste Da, da musst du hinrennen Da, du links Ja Wie konntest du den looten? Mein Schild war down Und meine Hoffnung war, der hat ein Schild Äh, dann habe ich halt schnelleres Äh, brauchst du noch ein Phoenix-Kit? Ne, tatsächlich nicht Ich habe, ich habe noch zwei Ich meine, ich habe mein Inventory mit Phoenix-Kids zugespanden Oh, Moment, einen Ulti-Beschleuniger sollte ich vielleicht nehmen Also, jetzt als Real Talk Ja, ja, schon klar Ja, kann man gebrauchen, glaube ich, im Endfight Ja, auf jeden Fall Kommt er Hier, Phoenix-Kid und Armor und everything Wo ist er überhaupt? Er looted gerade die Ah, ja, da, perfekt Äh, go inside 15 Sekunden, but should be enough Mein letzterer sind genug Waffen Hier, Hemlock und R99 Epic Helmet Hemlock, Junge War das andere Team das auf dem Turm Ne, ich glaube, das waren die, die nicht gepusht haben Die Scheiße Richtig offenes Feld gerade Über das wir jetzt rennen müssen Außer wir laufen durch die Pipe Da ist der Pipe-Eingang Hier rechts halt, ne, dieser Tunnel-Eingang Oh, wenn die uns da abkommt Ja, dann lieber oben rüber Sie schießt ja gerade keiner auf uns Die müssen ja anscheinend selber drin sein Wenn wir hier oben rüber gehen, glaube ich, kannst du über den Sound direkt auf den Haus springen Ich bin mir gar nicht mehr so sicher Ist das ein Job von denen? Äh, ne, das ist ein normaler Weil der blau auf dem Map ist Ja, ja Nur, wo sind sie? Und wie viele sind's? Das weiß man nicht Kommt ihr auch mit direkt? Nächste Zone Kurz über das freie Feld geguckt In der Hoffnung, einen Gegner zu sehen Ich nehm den Redeploy Ich lande wieder bei euch Ich guck nur I just check the area Oh, die Tür ist halb auf Was ist das denn für ein Trick? Niemanden gesehen Müssen Im Gebäude neben dir Was ist jetzt die Taktik, die ich nehmen soll? Ja, warte Ich mach die Eingänge dicht Ich guck noch, ob ich auf die andere Seite was finde Ja, und Auch ein Eingang Okay, jetzt können Die können erstmal nur einen Eingang nutzen Außer die machen das Gas auf Und wo kommen die Schüsse? Das ist ne Devotion, oder? Viel zu viele Schüsse Bin grade total verletzt Aus dem Haus Im Haus ist auf jeden Fall nur einer drinnen, Peter Oben im Haus Ich bin am Gas gestorben Bin drin Alle hier drin Ich komm da nicht rein Alles gut Dann komm wieder raus Ich komm da nicht rein Ja, alles gut, alles gut Alles gut Die tanken immer noch mein Gas Okay So, jetzt kann ich von mir aus rein, wenn du willst Ja Unter der Treppe waren sie Boah, macht mir der nicht Ist rausgegangen, hat kassiert Heimlich mal eben Beide vor der Tür Haupteingang Jetzt komm ich wieder Nur noch einer Haben wir Alle Das hat er geholt Gerade auf den Zuge Schwungen, Junge Du hast keine Chance Wenn du am Ende dem Haus kämpfst Ich mach die Ausgänge auf und zu So sieht das aus Du kommst nur da raus Wo ich dich rauslassen will Schönes Ding Boah, wieder 16 Squad Kills Nice Ja, not bad Ich finde, das sollten wir häufiger Ich finde, das Ja, not bad Ich vielleicht